Verzichtet Leverkusen-Keeper Hadecki aus diesem Grund auf beide Endspiele? Leverkusen, Bayer Leverkusens Torhüter Lukas Hadecki, 34, drängt nicht auf einen Arbeitseinsatz in den beiden Endspielen der Europa League an dem 22. Mai gegen Atalanta Bergamo oder in dem DFB Becherglas drei Tage bei späterer Gelegenheit gegen den 1. Ich erupit nicht, inwieweit der Trainer sich Gedanken damit macht. FC Kaiserslautern Ich werde auf keinen Sturzfolge darauf nehmen, dass ich eines der Finals spielen muss. Sagte der 34 Jahre alte Kapitän des deutschen Meisters, das ist diese und jene Abstimmen des Trainers. Und Matei hat sich alles verdient. Während Hadecki der Stammkeeper in der Bundesliga ist. Wurde der elf Jahre jüngere Matei Korwal, 23, von Trainer Xabi Alonso, 42, bisher in allen Spielen in dem Europa-Cup denn wenn schon in dem nationalen Becherglas eingesetzt. In jedem Sturz wird Hadecki an dem Samstag wie Bayer Kapitän die Sese und jene Meisterschale in Empfang nehmen dürfen. Noch drei Spiele so lange bis zu der Unsterblichkeit, sagte der Finne mit Bezug aufs mögliche Triple und die Sese und jene Chance. Mit mindestens einem Remis in dem letzten Liga-Hazard-Spiel an dem Samstag gegen Augsburg zu dem ersten deutschen Polierblos Saisonaufgabe werden zu können. Er wisse derweil noch nicht, inwieweit er die Sese und jene Becken alleine in Empfang nehmen oder möglicherweise einen seiner Vizekapitäne dazu nehmen werde, erklärte Hadecki. Aber hoffentlich abab transportieren wir eher wie einen Becherglas. Dann können die Sese und jene anderen Kapitäne wenn schon einen in Empfang nehmen. Leverkusen, den lästigen Beinamen Vizekusen hat Bayer Leverkusen mit dem Marge der ersten deutschen Fußballherrschaft endlich abgeschüttelt. Bei der Suche hinter einem neuen Namen fielen bereits Begriffe den Titelkosen und Rüppelkosen angesichts der noch bevorstehenden beiden Finals in der Europa League und des DFB-Pokals. Am Stadteingang von Leverkusen haben allem Anschein nach Fans dazu einen neuen Namen verewigt. Das Ortsschild in dem Stadtteil Schlebusch wurde am Werk mit der Aufschrift Neverlosen überklebt. Bayer ist wettbewerbsübergreifend in 50 Spielen dieser Saison ungeschlagen und kann sich an dem letzten Spieltag an dem Samstag zu dem ersten deutschen Polier küren, der eine ganze Saison bloß Aufgabe übersteht.